Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge God of War Ragnarök. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Wir machen direkt mal weiter und sind hier immer noch unterwegs mit Fruit. Auch nicht so leicht auszusprechen, der Name. So, hier müssen wir hoch. Fängt er gut an, ey. Fängt er super an. Wo ist sie denn? Kommt mal her jetzt hier. Kämpft doch mal mit. So, ich mach mal ihre Superattacke. Was passiert da? Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Los, Fein Hagel der Vergeltung. Und das Schwert dazu. Ach, da kommt noch mehr. Komm her. Also, die Rahmen sind irgendwie nicht so geil, oder? Jetzt mal ernsthaft. Uh, wie, ah. Ich meine, das war ein kleiner Gegner, dass die Superattacke den jetzt Blatt gemacht hat. Ist jetzt auch nicht so mega krass, oder? Was meint ihr? Sehr gut. Ja. Und alles zerfleischen hier. Räumen wir mal ein bisschen auf hier, Freunde. Sonst hast du nichts zu sagen? Ich hab mich gerade verwandelt. Freunde, ähm, gerne mal ne, ja, ne Bewertung da lassen für das Video. Ist ja ganz klar. Und, natürlich auch gerne beim Gewinnspiel mitmachen. Warum muss ich das hier eigentlich drehen? Dreh das doch mal selber. Ist doch deine krasse Mission. Was ist hier los, Mann? Warum sind wir immer eigentlich der... Der Wurm, ey. Die Maske hat vorhin gerade ausgesagt. Aber natürlich ist da versperrt. Vielleicht wollen sie die Leute draußen halten. Oder etwas darin. Man kommt bestimmt anders vorbei. Das geht immer. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Wer spricht die eigentlich... Ist das wieder Lara? Ist es Lara... Ich glaub, das ist schon wieder Lara Loft, wa? Hieß die doch. Ich muss es doch wissen. Die hat mich abonniert. Mein Kanal hat die abonniert. Warum auch immer. Keine Ahnung. Vorjahren schon. Wir müssen wahrscheinlich hier durch, oder? Wir müssen wohl hier durch. Schiebst du das alleine weg? Wow, super. Oh, die Schaskette. Zu schwer. Sei still. Es ist blockiert. Ich schau mal nach. Aber ich will den Rest hören. Abgemacht. Nicht schlecht. Ich weiß. Ich weiß. Nicht schlecht. Die Walküren kämpfen zu sehen. So viel Kraft und Stil ohne Kompromisse. Hat mir Klarheit verschafft. Zum ersten Mal sah ich meinen Weg vor mir. Ganz deutlich. Ja, das ist doch cool. Wie er schon selber gesagt hat, da hat sie ihm etwas voraus. Er weiß ja absolut nicht, was er will. Er weiß ja nicht mal, wie er genannt werden will. Er weiß gar nichts eigentlich. Was weiß er eigentlich, Andreas? Du machst immer so auf cool und schlau und so. Ich mach jetzt mein eigenes Ding, aber du weißt selber gar nichts eigentlich. Eigentlich weißt du gar nichts. Gar nichts. Ja, da müssen Riesen der Prophezeiung folgen. Wen kümmert's? Finde deinen eigenen Weg. So wie wir es hier machen. So sieht's aus. Uh, war das das Boot? Aber sieht sehr ähnlich aus, oder? Wo wir Zeus begegnet sind im letzten Teil. Das sieht ja komisch aus, oder? Gut. Ich muss sagen, bisher ist Helheim ja, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so der Knaller, oder? Ganz ehrlich. Ist jetzt nicht so der Knaller. Also man merkt schon, manche Welten sind richtig geil ausgebaut und manche sind halt wirklich so straight wie auf, ja, die sind einfach so richtig klein und einfach nur geradeaus, so, weißt du? Bisschen schade, ehrlich gesagt. Bisschen, bisschen schade. Ah, naja, ich seh's, ich seh's. Aber wie kriegen wir das hoch, dass ich das abballern kann? Zur Seite, Hänfling. Hänfling, du kleiner Wurm. Du kleiner Schwächling. Geschafft. Sieht so aus. Wirklich diese Frise von ihr und diese, diese Kleidung und wie, wie das Schwert. Das ist doch vollkommen scheiße platziert, wenn die da rennt. Dann würdet ihr doch immer mit der Hacke, also mit der, mit der Ferse, da rankommen. Also mit dem Fuß immer. Guck dir das mal an, das macht einfach keinen Sinn, ey. Das sieht wirklich so aus, als wenn die irgendwie so ein, äh, Feuerstein-Cosplay macht oder sowas. Sieht, 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 die Tochter von Fred Feuerstein oder sowas, die zweite. Let's go! Oh, der ist geil, der auch richtig geil rein. Ich will mal ganz kurz gucken, warte mal eben kurz. Äh, Atreus. Ah, wir haben ein bisschen EP, was holen wir uns denn? Am Ende will ich natürlich möglichst alle haben. So, warte mal, Bogenfähigkeit. Ja, das ist eigentlich ganz geil. Beschwörung. Oh, den Steinbock wieder. Ja, der kiff doch mal. Mach doch mal. Oh, der ist so viel geil. Habt ihr gesehen? Ey, das hat ja richtig so eine Explosion am Ende nochmal. Ist richtig so oft schüchtern gerade, wa? Nicht, dass sie, dass uns Angebruder uns wieder verfolgt und beobachtet, wa? Heimlich. Wenn wir an der blöden Kiste vorbeikämen. Hier müssen wir durch. Er ist aber versperrt. Ja, ja, ich sehe das. Ich sehe das, dass man sich da langhangeln kann, aber... Die Kiste muss weg. Ich könnte sie bewegen. Aha! Kommst du jetzt hoch? Noch nicht. Versuch die Kiste auf der anderen Seite irgendwie abzuschneiden. Ich warte hier. Ich komme da nicht so elegant rauf wie du. Jawohl. Willst du mir sagen, sie könnte hier nicht hoch? Also das macht ja wirklich gar keinen Sinn, ne? Das macht ja wirklich gar keinen Sinn. Ist einfach nur faul. Sag es doch einfach. Okay. Vorne Hacksilber haben oder nicht haben, weißt du? Merkt euch das einfach. Oh, okay. Wir haben doch gerade noch gewechselt. Ja, austesten noch wie vor allem, oder? Ja. Ähm. Wo soll die Kiste sein, ey? Ah, was ist das denn da? Warum ist denn das so goldmäßig? Ich bin blind, oder? Das ist hier wahrscheinlich, oder? Das sieht er irgendwie. Ach, da ist die Scheißgesähe. Da. Ich sollte zurück. Irgendwie ist er voll ruhig gerade. Das ist irgendwie ganz komisch drauf, oder? Irgendwie hat das jetzt nicht viel gebracht, aber das kann natürlich auch sein... Mein Gott, du willst wirklich das hier komplett ausrasten, oder? Das kann natürlich auch sein, dass die Scheiß Hexen einfach ausgewickelt sind. Ich werde jetzt gleich nochmal bei so einer Gegnermasse probieren mit den Wölfen. Die Jungs und Mädels kriegen auf jeden Fall nochmal eine zweite Chance. Die Jungs und Mädels kriegen auf jeden Fall. Und das kann man auch mit dir gehen. Ich werde mal bei mir gehen. Oh Gott, der ondernerne hängt mal ab. Ew. Stürb! Let's go. So, zurück zu ihr. Die Maske dreht durch. Wir sind fast da. Ey, das Vibrieren der Maske ist natürlich wiederum ganz geil mit dem Controller. Aber ansonsten habe ich ja schon erwähnt. So viele geile Features gibt es jetzt nicht unbedingt. Wo man sagt, boah, Junge, krass. Heftiger Mehrwert oder so. Das PS5-Controller bei God of War ist leider nicht der Fall. Könnte ja vielleicht der neue Torwächter sein, der ersetzt wurde. Weil wir da so ein bisschen was gemacht haben mit Kratos. Oh! Machen wir das jetzt oder nicht? Na los! Na also, schläft tief und fest. Ja ja, wie lange noch? Sieht schon ganz geil aus, oder? Die Nase, ey! Geil! Und jetzt Nummer 2. Schön. Ich kann nicht sprinten. Das geht nicht. Aber ich bin am Start. Lass uns den kleinen Fratz befreien. So süß. Ja, ist doch gut. Oh! 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 In der Kammer des Schreckens etwa? Oder wenn wir jetzt hier den Stein der Weisen. Eine Sackgasse? Sag mir, dass es unten im Wasser ist oder so. Da ist... Wie? Sie reagiert nicht mehr. Das ist noch nie passiert. Du sagtest, ich soll dir vertrauen. Und wir haben dieses Ding befreit. Großvater bringt mich um. Wir müssen hier weg. Komm schon. Okay. Da gibt es wieder nichts für. Jetzt geht es zurück nach Asket. Das sagt nicht, dass das alles hier war in dem Gebiet. Hier rein. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ein Holdo! Oh-oh. Was ist das denn? Du unfassbar unfähiger Volltrottel! Du weißt, dass das Ding Löcher zwischen den Welten reißt, ja? Tja, ich hätte wohl auch nichts anderes erwarten dürfen von einem Halbblut. Nenn mich nicht Halbblut! Ich werde dich nennen, wie es mir gefällt, Kleiner. Lass ihn in Ruhe. Es war ein Fehler. Nein! Der Fehler war, dich glauben zu lassen, dass du schon bereit wärst. Du hast ihm geholfen, oder? Auf wessen Seite stehst du überhaupt, Püppchen? Find es doch heraus. Und was willst du jetzt genau unternehmen? Weißt du, jeder hier nimmt Rücksicht auf dich, denn sie fürchten sich vor deinem Vater. Doch ich nicht. Dieser fette, betrunkene, nutzlose Versager! Hey! Nochmal! Ja, ja, die Dummheit fällt nicht sehr weit vom Stamm. Na dann mal los! Versuch dein Bestes! Du hast noch viel zu lernen, Kleine! Als erstes, wer deine Familie ist und wer eben nicht. Warte nur, bis ich eine Valkyra bin. Ha! Oh! Du glaubst tatsächlich, der Allvater würde dir das erlauben? Bitte, lass doch dieses kleine Wiesel nicht deine Wahnvorstellungen noch unterstützen. Es reicht! So knapp. Stopp! Er will dich nur wütend machen. Hä? Das hat er. Wow! Ihr Kinder seid... ermüdend. Seid ihr jetzt fertig mit eurem kleinen Trotzanfall? Dann sollten wir gehen. Ich kann es nämlich kaum erwarten, wie ihr diesen Riesenschlamassel dem Allvater erklärt. Oh, das wird einfach großartig. Hugin! Verdammt, er ist nicht hier. Vielleicht im Arbeitszimmer. Oh Mann, der wird durchdrehen. Vater wird mir helfen. Nachdem der Allvater ihn mit eingezogenem Schwanz weggeschickt hat? Unkau. Und du? Loki von den Jettnaren. Deine Inkompetenz verfolgt mich. Sie hält mich nachts wach. Wenn du meinst... Nein, im Ernst! Ich finde die Nuancen und Abstufungen deiner Unfähigkeit fast schon... rührend. Wenn wir deine Nutzlosigkeit als Brennstoff nutzen könnten, könnten wir die ganze Stadt beheizen. Gut, ich bin schuld. Aber lass sie da raus. Ich brauche deine Hilfe nicht. Verzeih. Spar dir das für den Allvater. Wir haben viel zu besprechen. Loki, ich komme zu dir, wenn ich hier fertig bin. Dauert nicht lang. Na gut. Meine Mission verlief recht gut, Allvater. Der besprochene Gegenstand? Ah. Was ist hier los? Ich weiß, dass du zuhörst, Loki. Es dauert nicht lang. Geh bitte. Probier es nochmal. Er sagte, geh schon. Bist du schwer von Begriff? Ja, nochmal. Jetzt kommt der raus, oder? Ich scherze nicht, mein Sohn. Geh, ich komme gleich. Ich will wissen, was passiert. Jetzt wird die Sache aber seltsam. Wusstest du, dass er so seltsam ist, als du ihn einlutzt? Okay. Naja, gut. Vielen Dank auch. Thrud, ich... Ich will es nicht hören. Alles war gut, bis du aufgetaucht bist. Ich mach's wieder gut. Ich schwöre. Ich will jetzt nicht reden. Dann heul doch. Also langsam geht's aber los hier, ne? Vor allen Dingen auch Atreus. Ey, tut mir leid. Ich werde dich wieder gut machen. Hör doch auf, ey. Mein Gott. Der benimmt sich wie so eine kleine Zicke. Der macht's doch besser, einfach. Tor. Mein kleines Du kannst mich nicht länger hintergehen. Sie hinter meinem Rücken ausbilden? Sie wird das tun, was sie will. Sollte ich nicht wenigstens helfen? Wissen, wohin sie geht? Ob sie aufpassen? Nein, ich will, dass wir zusammenarbeiten. Ich will, dass du einmal hinter mir stehst. Du ruinierst das bisschen Beziehung, das mir mit ihr noch bleibt. Ich tue mein Bestes, um diese Familie zusammenzuhalten. Wenn dem so wäre, dann würdest du dich deinem Vater endlich mal wieder setzen. Du hast recht. Liebster. Nein. Du hast recht. Was bin ich für ein Vorbild? Das einzige, was ich dieser Tage schaffe, ist wohl, alles um mich herum zu zerstören. Wir brauchen dich einfach hier. Ich brauche dich. Allein schaffe ich das nicht. Hm. Das war noch mal interessant jetzt. Hier geht wohl nix, ne? Ja. Ich hab's verbockt. In solchen Momenten fehlt mir Zuhause. Ingrid, hast du ein Zuhause, bevor du herkommst? Jemand, der sich um dich gekümmert hat? Das klingt wie ein Ja. Vielleicht kann ich dir helfen, sie zu finden. Ohne es zu vermasseln. Na, klingt das gut? Ach, Atreus, das ist ja süß. Atreus. Atreus. Wenn's nicht so gut läuft, dann vermisst du plötzlich dein Zuhause, wa? Wo sie auf dich warten. Schön. Wo ist es gut mit dir, mein Junge, der... Junge, was ist hier los, Alter? Oh, wirklich nützlich. Was ist denn los mit dem? Ohne Witz, Mann. Komm doch mal klar. Komm doch mal klar. Ey, am liebsten wird man den so schippern und sagen, Junge, komm klar jetzt endlich. Oder? Jetzt mal ernsthaft. Was ist denn, was ist denn los mit ihm? Kann's doch nicht sein, Mann. Kann's doch wirklich nicht sein mit dir. Hier ist erstmal Schluss. Beim nächsten Mal machen wir dann die Tür auf und schauen mal, wer dahinter steckt. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was hier noch abgeht. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss. Los. Hier gehen wir dann mal wieder.